So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Folge Pokémon GO bzw. Max Out Monday. Ich bräuchte so einen Spieler, der immer reinkommt und immer Max Out Monday sagt, dann wäre das vielleicht auch viel cooler. Wir haben letzte Woche endlich Groudonger Max. Den hätte ich schon vor einem halben Jahr maxen können, aber ich konnte dann 30 Tage nicht spielen. Ich hatte die Bonbons zusammen, es ging nix, dann kamen wir mal zu anderen Sachen, aktuelle Sachen, die gepasst haben bei Events. Jetzt habe ich gedacht, ich verzichte mal auf Events und auf Sachen, die gerade aktuell sind. Ich ziehe das jetzt durch mit Groudong, Level 50, pusht den endlich. Ich habe das ja so ausgelegt, dass wir ein... Was haben wir überhaupt gehabt? Stahl? Mega-Stollos, ne, weil das Stahl-Event war und man gegen Stahl ja auch gut Boden nutzt und Boden-Pokémon ist dann eben Groudong gewesen. Das passt so. Und weil es in letzter Zeit so viel regnet, würde natürlich auch Kyokre passen. Und bei dem schlechten Wetter, was wir die ganze Zeit haben, möchte ich heute also ein Kyokre maxen. Voraussetzung wie immer, wenn ich ein 100% Pokémon habe, plus genügend XL-Bonbons, um das zu maxen, dann werde ich das maxen. Bei Maxout Monday. Für mich ist Maxout nicht Level 40, sondern Level 50. Und dann gucken wir wieder auf eure Vorschläge, weil ein Titel Pokémon bestimmen. Dann nehme ich das Kyokre jetzt zum Beispiel und dann nehme ich 5 Vorschläge aus der Community jedes Mal und gucke, was wünscht ihr euch, was ich maxen soll. Wenn ich ein 100er habe, wenn ich genügend XL habe, dann werden wir das maxen. Jetzt geben wir erstmal ein 4 Sterne und Kyokre. Wir haben sogar 2. Beziehungsweise muss ich mal was anderes abchecken und zwar, haben wir nicht auch 2 Groudong? Ja, wir haben das alte Groudong von Frau Deluxe nämlich und wir haben letztens ja sogar eins vom Urinalbecken noch bekommen. 23,51, ihr kennt die hier aus Hamburg, war natürlich Fan Raid. Frau Deluxe war damals auch Fan Raid, so, aus Lewach, Saarland, aber gefangen eigentlich in Hildburghausen beim Go-Fest Tag 2. Aber darum geht es jetzt nicht. 4,652, genau auf diese WP müsste also auch Kyokre kommen, weil die ja beide die gleichen WP haben. 2019, 2019, 22.06, 24.01, das ist schon Best Buddy, das ist auch schon gepusht auf 40, das hat auch 2 Attacken. Das heißt, hier werden wir jetzt den Rest einfach draufziehen, 148 XL Bonbons dazu, 4.652, 100% Kyokre aus Busan, Südkorea. Wir müssen den Tag noch dran machen, habe ich vergessen. Wir brauchen noch den Level 50 Tag. Und damit müsste das jetzt gleich auf sein mit Groudon. Und wenn wir hier gucken in unserer Liste am Anfang, ist das genau neben Groudon und ist hochgerutscht. Das war irgendwo ganz da unten, jetzt ist es da oben, ist unter den Top 5. Nämlich auf Platz 5. Falls ihr euch immer dafür interessiert, wie hoch kommt Pokémon, welche sind gut, welche sind stark, sonst was. Groudon, Kyokre gehen also immer. So, ich gebe wieder ein 4 Sternchen, denn das war endlich der Kyokre, der Kyoga Max Out. Und jetzt gehen wir auf eure Vorschläge, dafür gehen wir rüber auf YouTube, müssen das aber mal sortieren auf Neueste zuerst. Und ich sehe, alle Kommentare, die da sind, sind entweder vor 5 Tagen oder vor 6 Tagen. Also die Leute haben alle direkt am Montag oder spätestens am Dienstag ihre Vorschläge abgegeben. Zuerst haben wir hier Anonym 123, Metagross oder Vollbeat. Vollbeat, geben wir mal Meta ein, Metagross dürfte man schon gemaxed haben hier. Level 50, genau, mit Sternenhieb ist schon da. Ich könnte ein paar andere noch maxen, aber wäre ja langweilig, wenn wir schon die maximalen Anzahlen kennen und das nochmal machen. Also gehen wir lieber weiter und gucken nach Vollbeat. Vollbeat, Vollbeat, Vollbeat. Haben wir hier unten Vollbeat. Habe ich genügend XL? Weil, das würde passen, wir maxen auf 2002, zurück in die Zukunft wahrscheinlich, geben hier jetzt auch den Level 50 Tag dran. Aber dann Vollbeat mit 2002. Das war der erste Vorschlag aus der Community. Grüße an Anonym 123. Weiter geht's mit Sarina. Ich schlage Groing vor. Groing, ich glaube Groing haben wir schon. Groing, ist schon auf 50. Grüße an Sarina. Das ist Sarina, das musst du jetzt Sarina nennen. Nein, wir lassen das jetzt so wie es ist. Wir wollen hier niemanden beleidigen, aber Grüße an Sarina. Ich finde Groing cool. Die Leute haben immer Groing gesagt. Schinaja. Nenn dein 100% erlöstes Glurak, bitte Gluglu. Und ja, entwickle das Traumato. Hm. Wir werden erst mal ganz kurz noch mitmachen. Ich habe nämlich... Mein 100% erlöstes, aber die heißen noch bei mir Mega X, Mega 100X und Mega 100Y, weil ich ja den Vorschlag hatte, dass ich bitte das eine dann immer zu einem Feuerangreifer mache und das andere zu einem Drachenangreifer. Deswegen haben die verschiedene Dings. Also das würde ich wahrscheinlich so benennen, aber wir haben Traumato, Traumato, Traumato. Wir haben letztens ein Traumato gemaxed und ich hatte euch ja gefragt in der letzten Folge, sollen wir das entwickeln, sollen wir das nicht entwickeln? Das ist ein 100% Krypto-Traumato auf Level 50. Mehrere Leute haben gesagt, ja, entwickle das, deswegen okay. Wir entwickeln es jetzt einfach mal. Auch wenn das heißt, ich hatte schon ein Hypno auf 50. Jetzt hätte ich noch ein Traumato auf 50 gehabt, sodass sogar die ganze Familie gemaxed wäre. Habt ihr jetzt kaputt gemacht, weil ich jetzt zwei Hypno habe auf 50 und kein Traumato mehr auf 50? Schon muss ich irgendwann wieder ein Traumato maxen, aber ich habe ja noch 546 XL, das würde also passen. Aber jetzt nicht schier, das müssen wir dann irgendwann mal machen. So, ist aber jetzt kein Max-Vorschlag gewesen. Also gehen wir zu Shizui. Mein Vorschlag, Altaria, Fuegro und Trigefalo. Altaria ist ein Mega-Pokémon. Haben wir also dementsprechend schon gemaxed auf 2266. Hat, kann auch die Mega-Entwicklung, ist auch Best Buddy, alles dabei. Fuegro, Fuegro, Fuegro ist, glaube ich, auch gemaxed, weil ich nämlich irgendwann alle Feuer-Stader gemaxed habe. Und dann habe ich eine Sondersendung gemacht, alle Wasser-Stader. Und dann habe ich eine Sondersendung gemacht, alle Pflanzen-Stader. Was ist übrig? Trigefalo. Gut, Trigefalo ist auch aufmerksame Zuschauer, wissen das. Das sieht man hier schon, wenn ich F.U. angebe. F.U. Haben wir hier nämlich schon einen Fanny? Guck mal, Fanny ist auch gemaxed. Ist zufällig ein Trigefalo. Also, 4098, da auch nichts dabei. Jochen Strehl. Wulnona, Parasek, Galoppa, Jugong, Knogger. Wulnona, Parasek. Wulnona, Wulnona, Wulnona. Ist auf 50, ist nicht auf 50, fehlen XL. Parasek. Parasek ist auf 50. Galoppa, Jugong, Knogger. Galoppa ist nicht auf 50, können wir machen. Damit ist Jochen der zweite Vorschlag aus der Community. Und wieder ein Kando-Pokémon, also Galoppa auch auf 50. Wir machen den Tag dran. Äh, bitteschön. Dann ignorieren wir natürlich den Rest. Wenn Jochen einen Treffer hat, dann reicht das. Er kann gerne Jugong und Knogger nochmal vorschlagen beim nächsten Mal. Drei brauchen wir noch von euch. Koko, ich schaue gerade das Video und schlage die Zubat-Reihe jetzt einfach mal vorab vor. Also X-Bat, dann meine Lieblings-Fledermaus. Muss ich mal gucken. Guck mal, wir können jetzt hier Zubat eingeben und auf Familie. Und dann können wir mal gucken, was wir hier alles haben. Wir haben X-Bat auf 50. Golbat noch nicht auf 50 und Zubat noch nicht auf 50. Falls wir durch sind und keine Vorschläge mehr passen, könnten wir dann auch mit Golbat und Zubat weitermachen. Aber X-Bat ist schon auf 50 mit 2.992. Plankton, mein Vorschlag wäre die Smog-Mog-Schornstein-Form. Die habe ich nicht als Hunderter, gehe ich mal von aus. Smog-Mog? Wir haben nur das, wir haben das. Das ist gemaxed, also passt auch nicht, weil mir fehlt das Pokémon als Hunderter. Fokoll, würde mich freuen, wenn du Elezart, Quaxo, Waschakwil oder Wischu. Was? Maxen würdest. Elezart und Quaxo. Guck mal rein, Elezart, Elezart, Elezart ist gemaxed. Das war, glaube ich, sogar eine Spezial-Folge mit Hannes und ist wohl in München. Quaxo ist nicht gemaxed. Quaxo können wir jetzt maxen. Auf 2.769 ist dann also der dritte Vorschlag von der Community gewesen, der gepasst hat. Wir machen hier auch wieder ein Max, ein Maxchen dran und brauchen noch zwei Stück. Danke an Fokollt. Henry Herford, mein Vorschlag für die kommende Woche sind Alola Raichu oder Alola Radikal. Raichu Radikal. Naja, Raichu weiß ich auf jeden Fall schon, dass ich da kein Hunderter hab von der Alola Version. Also wir haben ja Pikachus und so, wir haben Raichu, Raichu ist gemaxed. Radikal muss ich mal gucken. Radikal, wir haben das Normale gemaxed, das haben wir noch nicht gemaxed. Also Alola Radikal können wir maxen, ist dann der vierte Vorschlag aus der Community, diesmal von Henry. Dieses lustige Hamster-Pokémon, wir machen hier auch ein Level 50. Tag dran und einen haben wir noch, einen können wir noch machen. Weltenbummler-Vorschlag Ninjask. Ninjask, Ninjask, Ninjask. Ninjask, 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 Ninjaskada. 54 XL, wir haben zwar ein Ninjask, aber wir haben keine XL-Baum-Bombs. Das wird also auch nix, leider. Christina Bonzak, kannst du dein stärkstes Pokémon Luis nennen? Da ist nicht mal ein Max-Vorschlag dabei, verstehen Sie? Was ist aber unser stärkstes Pokémon? Das müsste immer noch unser Letterking sein. Junge, ich krieg das hier nicht hin. Letterking. Den was halt jetzt einfach. Luis fängt ja eh mit L an. So, reicht das so mit 10 O oder was? Luis. Luis. Tix, Sakura und Jochen. Hm. Und aber dann das Glurak. Ja, das Glurak nicht Gluglu nennen. Wie bescheuert ist das denn? Aber das hat ja... Mit dem Letterking machst du ja nix. Das Glurak muss ja Mega heißen. Sonst weiß ich ja nicht, dass das mein Mega-Entwicklungs-Glurak ist. Das hat schon Sinn, ne? Fühlt euch denn nicht benachteiligt. Ferni, mal schauen, ob es dieses Mal klappt. Meine Vorschläge wären Sackjahn 100% oder Samazenda. Falls du das auch in 100% hast. Ansonsten gerne dein Shundo-Sherox, falls du die XL nun hast. Kann ich gleich dazu sagen. Also, Samazenda habe ich nicht. Sackjahn habe ich. Kann ich aber nicht. Auf 50 machen. Da es das ja noch nicht als Shiny gibt, habe ich nicht zu viel geradet. Das 100% ist zwar da, aber ich habe nicht die XL voll gemacht. Ich habe es langsam angehen lassen. Falls es irgendwann mal als Shiny kommt, muss man ja eh wieder raden. Da bin ich ein sehr geduldiger Spieler. Was er aber gesagt hat, ist dieses Shundo, und das ist ganz besonders, weil ich bisher ja versucht habe, wirklich jedes Pokémon, was im Spiel ist und eine Mega-Entwicklung hat, in 100% als Best Buddy und auf Level 50 zu haben. Ich habe auch alle als Best Buddy, alle in 100, alle auf Stufe 3. Mega-Dollos fehlt jetzt gerade auf Stufe 3, weil das voll frisch ist. Ist aber gemaxed. Kangama ist noch nicht gemaxed. Da fehlen XL. Und Sherox war nicht gemaxed, weil da auch XL gefehlt haben. Jetzt habe ich aber endlich die letzten Bonbons, um aus diesem Mega-Sherox dann das komplette Potenzial rauszuschöpfen. Und da kommt also noch dieser Tag dran von Level 50. Und wir werden auch jetzt nochmal den entwickeln, damit ihr seht, genau wie hoch der kommt. Vorher war der bei, weiß ich nicht, 4.300 oder irgendwas. Jetzt habt ihr schon gesehen, ich glaube 4.600. Stand da 4.600. Wenn ihr also 100% Sherox auf Level 50 pusht und Mega entwickelt, kommt das auf 4.621. Und das ist schon stark. Das ist eine Wucht. Ging jetzt ja natürlich auch kostenlos zu entwickeln, weil er eben Stufe 3 ist, weil ich den die ganze Zeit nicht gebraucht habe. Ich gefühlt jetzt fast alles kostenlos entwickeln kann auf Stufe 3. Und das finde ich übelst genial an diesem Feature, dass die das so extrem abgeändert haben. Danke also an Fernie. Danke auch an den Rest. Kai, Balou, Nick, Saniel, Dilling, Insta, Paul, Speedstar, Benjamin, Black Viper, Cat, nochmal Paul, LostLift, SL, Alba, Pognu, Miku, Alexander Ahringer. Wenn eure Vorschläge jetzt natürlich nicht dran waren, dann bitte unter dieses Video nochmal Vorschläge machen. Und der Rest, der dran war, kann sich was Neues überlegen. Die, die nicht dran waren, die schreiben das gleiche einfach nochmal. Das waren 5 Vorschläge aus der Community. Ein Titel Pokémon von mir. Ein Titel Pokémon hätte ich auf jeden Fall noch, was ich noch maxen möchte fürs nächste Mal. Wenn nicht irgendwas krasses anderes dazwischen kommen, was aktuell ist. Ja, jetzt kommt Evil Tal, aber Evil Tal kann ich nicht maxen, weil das habe ich schon gemaxed. Also das ist auch unmöglich. Wir haben also theoretisch Zeit, solange Evil Tal da ist, was anderes als Titel Pokémon zu nehmen, da wir Evil Tal ja schon haben. Ich fand es wieder mal cool. Mir macht dieses Format auch wirklich Spaß, muss ich sagen. Immer zu sehen, wie sich die Liste verschiebt. Wir sind jetzt hier auf Platz 6 mit dem Mega-Sherox angelangt. Und endlich habe ich das jetzt auch auf Level 50. Das heißt, mir fehlt nur Mega-Kangama-Level 50. Deswegen muss ich ab und zu mit dem laufen. Muss gucken. Das dauert ewig mit den Bonbons. Aber irgendwann, man hat wenigstens ein Ziel. Es lohnt sich. Irgendwann hat man das auch auf 50. Außer es kommt mal eine Safari-Zone wieder nach Deutschland, wo Kangama eben vermehrt spawren. Dann würde man die Bonbons viel leichter bekommen. Aber ich glaube nicht, dass das passiert. Dafür ist Kangama zu ausgelutscht. Wenn, dann werden die irgendwas anderes, was Neueres bringen, was sie dann hierher ziehen. So, was habt ihr zuletzt gemaxed? Was soll ich maxen? Schreibt es mal rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal, beziehungsweise heute Abend bei Chill mit Ramses. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Ciao.